Ich sehe aber auch gerade, dass die FPS-Anzeigen bis nach unten gegangen sind, in der Aufnahme. Boah! Ich habe aber auch alle so getunete Karren, ich nicht. Ich fahre hier nur so ein... Elegy. So. Das würde jetzt halt ein folgenschwerer Fehler sein. Guck mal, da ist doch der Dude, den wir gerade angetroffen haben. Ne, der hat gerade einen auch auf großen Mucken gemacht. Ist jetzt selber letzter. Hm. Okay, jetzt ziehen wir links. Zack. Und Full Speed hier nochmal durch. Und durch. Plus 200. Unfallfreies Rennen 1. Yo. Nice. Ja. Würden wir sagen, gehen wir jetzt zu Franklin. Und zu seinem Haus, wo das Everest. Tschüss. Tschüss. Juhu. Juhu. So. Aber du hast Glück. Es läuft immer irgendwo ein Rennen, wenn du Interesse hast. Schatz am Treffpunkt. Hau. Okay. So. So. Was erwarten wir uns jetzt hier? Erstmal geht die Zeit wieder vorüber. Bis zum nächsten Mal. 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 und können Sie auch jetzt hier können. Oh, bitte. Bis zum nächsten Mal. Du Felipe hierHN specifiziert. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja einein-Tesse? Ja, danke kann. Nein, hilft. Nichts. �. So点 nochmals um 17 mal. maternal vessels, ihr Euro, die... Ich meine, sie j throat wie ein .. Mann, würde kommen bleiben dann mal. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block, with Chop? You need to walk with your fat ass. Oh, hey. Okay, you tall, linky son of a bitch. Chop, give me an app, yo. We ain't got all day, let's go. For sure, but what you gotta... Kidnapping, fool, that clown D, that OG fool from Balling. Dog, I told you, no more game-banging, retro-bingers, Bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gon' make some paper, Lope. And ain't nobody out here gangbanging. It's just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You driving? War natürlich klar, dass ich fahren muss. Ui. Ah, Chop. Hinten rein. Ach, ja. Das wäre cool, wenn man online nach Hause tragen könnte. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Yo, annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I said to. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You? Know these streets? Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing. Boosting gas tankers, homie? Come on, man. What you trying to be some fucking commodity trader or something? Oh, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die for something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, two days time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. We'll see about that. I've been totally up in the alley. Hey, you okay, child? Ornate. Motherfucker. This is the golden age of hip-hop. Y'all already know what it is. Hit rewind. Hey, what's up, boo? Ain't you little Naida's cousin? Yeah. Damn. Short-witty? I was just saying, I was trying to holler at you. And? You ain't hollering at nothing over here. Why's it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, niggas, a million OGs over here? Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo boo. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass the CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. I ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mads-wearing, motherfuckers. Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Fuck you, nigga. Oh, shit. Fuck you, nigga. Come on, let's go. Hab ich die Gang jetzt zwar nicht ausgemacht gerade, aber... Weil's gerade kleine, große Katze. So, jetzt dürfen wir diesen D-Verfolgen. Wir werden ihn bekommen, keine Sorge. Placar. Du, 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 du. Ey, du, du, du! Null... Der darf nicht sterben! Ernsthaft? Oh, mann... Erneut versuchen. Go, go! Get in the van! Alles klar. Ich dachte, wir fahren direkt weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Bruh, du Mistwagen, Alter. So. Wieso müssen wir eigentlich die Scheißarbeit machen? Man, dann wird es wieder in blöden Bären bleiben. Wieder das Motorrad. Oh, ruckel die ruckel. Und wenn viel los ist, kann es ein bisschen spaßig werden. Die Rats sind still the same, even if you got a bite taken out of the eye. You get this motherfucker, we make you farm gangbots. I don't know about that. This sprint train. Wenn du länger sprintest, als dein Auslaufer kraften, dann fällt deine Gesundheit. Oh, na gut. Okay, kann ich nicht steuern? Nehmen wir mal den hinteren. Der ist eh da vorne drin. Das weiß ich schon. Ich kenne eigentlich sogar die ganze Story schon auswendig. Lul. Wir müssen hier beide aufmachen. Let's go. Lieferanie! Komm on, we would where? Where is he, boy? Come on, where is he? Where yet? Oh, yeah. Ja, ich wusste, dass es jetzt kommt. Ja. Was soll ich dazu nur sagen? Ja. Einen von den dreien. Ich beschleunige die Kacke mal ein bisschen. Und nehme direkt die hier. Stop runnin', dawg! Why ain't Lamar searchin' this shit? So. Guten Tag, ich hab gerade eben kurz meinen Stromgabel gezogen. Wenn's... Und hier sagt, ja. Job sagt hier. Also, falls da ein Knacken drin war, muss ich mich entschuldigen. Äh, ich probier's... Oh, ne, 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 ist auch ja. Äh, ich probier's rauszumachen. Woher hat er die Schriftflinte? Woher hat er die Schriftflinte? Und wir dürfen wieder fahren. Äh. So. Ruckel die Ruckel. 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 Say Ruckel. Untertitelung des ZDF, 2020